Geld fließt mit Leichtigkeit zu mir. Meine finanzielle Freiheit ist nur einen Schritt weit entfernt. Reichtum fließt in Strömen zu mir. Ich fühle mich gut in Bezug auf Geld, und Geld fließt ganz leicht in mein Leben. Geld kommt oft ganz unerwartet zu mir. Geld kommt zu mir in großer Häufigkeit und in großer Menge. Ich verdiene die Fülle. Ich bin es wert, diese Fülle zu haben. Ich bin dankbar für alles, was ich habe, und so dankbar für alles, was da kommt. Alles, was ich will, kommt zu mir. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr Geld zu empfangen. Ich erhalte mehr Wohlstand auf einer täglichen Basis. Ich weiß, dass ich noch mehr Reichtum in meinem Leben verdienen werde. Ich tue so viel Gutes mit der Fülle, die mir gegeben wurde. Geld ist eine Form von Energie, genauso wie ich es bin. Geld liebt mich. Geld wird von mir angezogen. Ich liebe es, darüber nachzudenken, wie ich den Reichtum zum Wohle vieler um mich herum nutzen kann. Ich bin so gesegnet. Ich bin reich. Ich bin Wohlhabend. Ich habe Freiheit. Was für ein erstaunliches Leben ich habe. Ich bin so gesegnet, um dieses Maß an Reichtum zu haben. Ich bin so gesegnet, in dieser Situation von Wohlstand und Überfluss zu sein. Ich bin ein erstaunlicher Schöpfer von Reichtum. Ich habe alles, was ich brauche, um das Leben zu erschaffen, das ich will. Ich bin wohlhabend. Ich bin reich. Ich ziehe den Reichtum an, den ich wirklich verdiene. Ich bin der Schöpfer meiner Gedanken und erschaffe damit mein eigenes Schicksal. Ich lebe einen üppigen Lebensstil und von dem, was ich bekomme, gebe ich etwas ab. Ich habe mich zu einem Leben im Dienst an anderen verpflichtet, mit all dem Reichtum und der Fülle, die ich darüber erhalte. Mit dem Reichtum, den ich in die Welt bringe, werde ich anderen meinen größten Dienst erweisen. Ich ziehe an, was ich an Frequenzen raussende in die Welt und ich entscheide mich dazu, Frequenzen des Überflusses und des Wohlstandes auszusenden. Ich entscheide mich dafür, in Überfluss zu denken. Und indem ich so denke, ziehe ich genau das an, was ich verdiene. Ich glaube, dass ich des Reichtums würdig bin und ich ziehe die Fülle in mein Leben, in jedem Moment, an jedem Tag. Geld fließt mit Leichtigkeit zu mir. Meine finanzielle Freiheit ist nur einen Schritt weit entfernt. Reichtum fließt in Strömen zu mir. Ich fühle mich gut in Bezug auf Geld und Geld fließt ganz leicht in mein Leben. Geld kommt oft ganz unerwartet zu mir. Geld kommt zu mir in großer Häufigkeit und in großer Menge. Ich verdiene die Fülle. Ich bin es wert, diese Fülle zu haben. Ich bin dankbar für alles, was ich habe und so dankbar für alles, was da kommt. Alles, was ich will, kommt zu mir. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr Geld zu empfangen. Ich erhalte mehr Wohlstand auf einer täglichen Basis. Ich weiß, dass ich noch mehr Reichtum in meinem Leben verdienen werde. Ich tue so viel Gutes mit der Fülle, die mir gegeben wurde. Geld ist eine Form von Energie, genauso wie ich es bin. Geld liebt mich. Geld wird von mir angezogen. Ich liebe es, darüber nachzudenken, wie ich den Reichtum zum Wohle vieler um mich herum nutzen kann. Ich bin so gesegnet. Ich bin ein Reich. Ich bin wohlhabend. Ich habe Freiheit. Was für ein erstaunliches Leben ich habe. Ich bin so gesegnet, um dieses Maß an Reichtum zu haben. Ich bin so gesegnet, in dieser Situation von Wohlstand und Überfluss zu sein. Ich bin ein erstaunlicher Schöpfer von Reichtum. Ich habe alles, was ich brauche, um das Leben zu erschaffen, das ich will. Ich bin wohlhabend. Ich bin reich. Ich ziehe den Reichtum an, den ich wirklich verdiene. Ich bin der Schöpfer meiner Gedanken und erschaffe damit mein eigenes Schicksal. Ich lebe einen üppigen Lebensstil und von dem, was ich bekomme, gebe ich etwas ab. Ich habe mich zu einem Leben im Dienst an verpflichtet, mit all dem Reichtum und der Fülle, die ich darüber erhalte. Mit dem Reichtum, den ich in die Welt bringe, werde ich anderen meinen größten Dienst erweisen. Ich ziehe an, was ich an Frequenzen raussende in die Welt und ich entscheide mich dazu, Frequenzen des Überflusses und des Wohlstandes auszusenden. Ich entscheide mich dafür, in Überfluss zu denken. Und indem ich so denke, ziehe ich genau das an, was ich verdiene. Ich glaube, dass ich des Reichtums würdig bin und ich ziehe die Fülle in mein Leben, in jedem Moment, an jedem Tag. Geld fließt mit Leichtigkeit zu mir. Meine finanzielle Freiheit ist nur einen Schritt weit entfernt. Reichtum fließt in Strömen zu mir. Ich fühle mich gut in Bezug auf Geld und Geld fließt ganz leicht in mein Leben. Geld kommt oft ganz unerwartet zu mir. Geld kommt zu mir in großer Häufigkeit und in großer Menge. Ich verdiene die Fülle. Ich bin es wert, diese Fülle zu haben. Ich bin dankbar für alles, was ich habe und so dankbar für alles, was da kommt. Alles, was ich will, kommt zu mir. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr Geld zu empfangen. Ich erhalte mehr Wohlstand auf einer täglichen Basis. Ich weiß, dass ich noch mehr Reichtum in meinem Leben verdienen werde. Ich tue so viel Gutes mit der Fülle, die mir gegeben wurde. Geld ist eine Form von Energie, genauso wie ich es bin. Geld liebt mich. Geld wird von mir angezogen. Ich liebe es, darüber nachzudenken, wie ich den Reichtum zum Wohle vieler um mich herum nutzen kann. Ich bin so gesegnet. Ich bin reich. Ich bin wohlhabend. Ich habe Freiheit. Was für ein erstaunliches Leben ich habe. Ich bin so gesegnet, um dieses Maß an Reichtum zu haben. Ich bin so gesegnet, in dieser Situation von Wohlstand und Überfluss zu sein. Ich bin ein erstaunlicher Schöpfer von Reichtum. Ich habe alles, was ich brauche, um das Leben zu erschaffen, das ich will. Ich bin wohlhabend. Ich bin reich. Ich ziehe den Reichtum an, den ich wirklich verdiene. Ich bin der Schöpfer meiner Gedanken und erschaffe damit mein eigenes Schicksal. Ich lebe einen üppigen Lebensstil und von dem, was ich bekomme, gebe ich etwas ab. Ich habe mich zu einem Leben im Dienst an anderen verpflichtet. Mit all dem Reichtum und der Fülle, die ich darüber erhalte. Mit dem Reichtum, den ich in die Welt bringe, werde ich anderen meinen größten Dienst erweisen. Ich ziehe an, was ich an Frequenzen raussende in die Welt. Und ich entscheide mich dazu, Frequenzen des Überflusses und des Wohlstandes auszusenden. Ich entscheide mich dafür, in Überfluss zu denken. Und indem ich so denke, ziehe ich genau das an, was ich verdiene. Ich glaube, dass ich des Reichtums würdig bin. Und ich ziehe die Fülle in mein Leben, in jedem Moment, an jedem Tag. Geld fließt mit Leichtigkeit zu mir. Meine finanzielle Freiheit ist nur einen Schritt weit entfernt. Reichtum fließt in Strömen zu mir. Ich fühle mich gut in Bezug auf Geld und Geld fließt ganz leicht in mein Leben. Geld kommt oft ganz unerwartet zu mir. Geld kommt zu mir in großer Häufigkeit und in großer Menge. Ich verdiene die Fülle. Ich bin es wert, diese Fülle zu haben. Ich bin dankbar für alles, was ich habe und so dankbar für alles, was da kommt. Alles, was ich will, kommt zu mir. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr Geld zu empfangen. Ich erhalte mehr Wohlstand auf einer täglichen Basis. Ich weiß, dass ich noch mehr Reichtum in meinem Leben verdienen werde. Ich tue so viel Gutes mit der Fülle, die mir gegeben wurde. Geld ist eine Form von Energie, genauso wie ich es bin. Geld liebt mich. Geld wird von mir angezogen. Ich liebe es, darüber nachzudenken, wie ich den Reichtum zum Wohle vieler um mich herum nutzen kann. Ich bin so gesegnet. Ich bin reich. Ich bin wohlhabend. Ich habe Freiheit. Was für ein erstaunliches Leben ich habe. Ich bin so gesegnet, um dieses Maß an Reichtum zu haben. Ich bin so gesegnet, in dieser Situation von Wohlstand und Überfluss zu sein. Ich bin ein erstaunlicher Schöpfer von Reichtum. Ich habe alles, was ich brauche, um das Leben zu erschaffen, das ich will. Ich bin wohlhabend. Ich bin reich. Ich ziehe den Reichtum an, den ich wirklich verdiene. Ich bin der Schöpfer meiner Gedanken und erschaffe damit mein eigenes Schicksal. Ich lebe einen üppigen Lebensstil und von dem, was ich bekomme, gebe ich etwas ab. Ich habe mich zu einem Leben im Dienst an anderen verpflichtet. Mit all dem Reichtum und der Fülle, die ich darüber erhalte. Mit dem Reichtum, den ich in die Welt bringe, werde ich anderen meinen größten Dienst erweisen. Ich ziehe an, was ich an Frequenzen raussende in die Welt. Und ich entscheide mich dazu, Frequenzen des Überflusses und des Wohlstandes auszusenden. Ich entscheide mich dafür, in Überfluss zu denken. Und indem ich so denke, ziehe ich genau das an, was ich verdiene. Ich glaube, dass ich des Reichtums würdig bin. Und ich ziehe die Fülle in mein Leben, in jedem Moment, an jedem Tag. Geld fließt mit Leichtigkeit zu mir. Meine finanzielle Freiheit ist nur einen Schritt weit entfernt. Reichtum fließt in Strömen zu mir. Ich fühle mich gut in Bezug auf Geld und Geld fließt ganz leicht in mein Leben. Geld kommt oft ganz unerwartet zu mir. Geld kommt zu mir in großer Häufigkeit und in großer Menge. Ich verdiene die Fülle. Ich bin es wert, diese Fülle zu haben. Ich bin dankbar für alles, was ich habe und so dankbar für alles, was da kommt. Alles, was ich will, kommt zu mir. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr Geld zu empfangen. Ich erhalte mehr Wohlstand auf einer täglichen Basis. Ich weiß, dass ich noch mehr Reichtum in meinem Leben verdienen werde. Ich tue so viel Gutes mit der Fülle, die mir gegeben wurde. Geld ist eine Form von Energie, genauso wie ich es bin. Geld liebt mich. Geld wird von mir angezogen. Ich liebe es, darüber nachzudenken, wie ich den Reichtum zum Wohle vieler um mich herum nutzen kann. Ich bin so gesegnet. Ich bin reich. Ich bin wohlhabend. Ich habe Freiheit. Was für ein erstaunliches Leben ich habe. Ich bin so gesegnet, um dieses Maß an Reichtum zu haben. Ich bin so gesegnet, in dieser Situation von Wohlstand und Überfluss zu sein. Ich bin ein erstaunlicher Schöpfer von Reichtum. Ich habe alles, was ich brauche, um das Leben zu erschaffen, das ich will. Ich bin wohlhabend. Ich bin reich. Ich ziehe den Reichtum an, den ich wirklich verdiene. Ich bin der Schöpfer meiner Gedanken und erschaffe damit mein eigenes Schicksal. Ich lebe einen üppigen Lebensstil und von dem, was ich bekomme, gebe ich etwas ab. Ich habe mich zu einem Leben im Dienst an anderen verpflichtet. Mit all dem Reichtum und der Fülle, die ich darüber erhalte. Mit dem Reichtum, den ich in die Welt bringe, werde ich anderen meinen größten Dienst erweisen. Ich ziehe an, was ich an Frequenzen raussende in die Welt. Und ich entscheide mich dazu, Frequenzen des Überflusses und des Wohlstandes auszusenden. Ich entscheide mich dafür, in Überfluss zu denken. Und indem ich so denke, ziehe ich genau das an, was ich verdiene. Ich glaube, dass ich des Reichtums würdig bin. Und ich ziehe die Fülle in mein Leben, in jedem Moment, an jedem Tag. Geld fließt mit Leichtigkeit zu mir. Meine finanzielle Freiheit ist nur einen Schritt weit entfernt. Reichtum fließt in Strömen zu mir. Ich fühle mich gut in Bezug auf Geld, und Geld fließt ganz leicht in mein Leben. Geld kommt oft ganz unerwartet zu mir. Geld kommt zu mir in großer Häufigkeit und in großer Menge. Ich verdiene die Fülle. Ich bin es wert, diese Fülle zu haben. Ich bin dankbar für alles, was ich habe, und so dankbar für alles, was da kommt. Alles, was ich will, kommt zu mir. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr Geld zu empfangen. Ich erhalte mehr Wohlstand auf einer täglichen Basis. Ich weiß, dass ich noch mehr Reichtum in meinem Leben verdienen werde. Ich tue so viel Gutes mit der Fülle, die mir gegeben wurde. Geld ist eine Form von Energie, genauso wie ich es bin. Geld liebt mich. Geld wird von mir angezogen. Ich liebe es, darüber nachzudenken, wie ich den Reichtum zum Wohle vieler um mich herum nutzen kann. Ich bin so gesegnet. Ich bin reich. Ich bin wohlhabend. Ich habe Freiheit. Was für ein erstaunliches Leben ich habe. Ich bin so gesegnet, um dieses Maß an Reichtum zu haben. Ich bin so gesegnet, in dieser Situation von Wohlstand und Überfluss zu sein. Ich bin ein erstaunlicher Schöpfer von Reichtum. Ich habe alles, was ich brauche, um das Leben zu erschaffen, das ich will. Ich bin wohlhabend. Ich bin reich. Ich ziehe den Reichtum an, den ich wirklich verdiene. Ich bin der Schöpfer meiner Gedanken und erschaffe damit mein eigenes Schicksal. Ich lebe einen üppigen Lebensstil und von dem, was ich bekomme, gebe ich etwas ab. Ich habe mich zu einem Leben im Dienst an anderen verpflichtet. Mit all dem Reichtum und der Fülle, die ich darüber erhalte. Mit dem Reichtum, den ich in die Welt bringe, werde ich anderen meinen größten Dienst erweisen. Ich ziehe an, was ich an Frequenzen raussende in die Welt. Und ich entscheide mich dazu, Frequenzen des Überflusses und des Wohlstandes auszusenden. Ich entscheide mich dafür, in Überfluss zu denken. Und indem ich so denke, ziehe ich genau das an, was ich verdiene. Ich glaube, dass ich des Reichtums würdig bin. Und ich ziehe die Fülle in mein Leben, in jedem Moment, an jedem Tag. Geld fließt mit Leichtigkeit zu mir. Meine finanzielle Freiheit ist nur einen Schritt weit entfernt. Reichtum fließt in Strömen zu mir. Ich fühle mich gut in Bezug auf Geld und Geld fließt ganz leicht in mein Leben. Geld kommt oft ganz unerwartet zu mir. Geld kommt zu mir in großer Häufigkeit und in großer Menge. Ich verdiene die Fülle. Ich bin es wert, diese Fülle zu haben. Ich bin dankbar für alles, was ich habe und so dankbar für alles, was da kommt. Alles, was ich will, kommt zu mir. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr Geld zu empfangen. Ich erhalte mehr Wohlstand auf einer täglichen Basis. Ich weiß, dass ich noch mehr Reichtum in meinem Leben verdienen werde. Ich tue so viel Gutes mit der Fülle, die mir gegeben wurde. Geld ist eine Form von Energie, genauso wie ich es bin. Geld liebt mich. Geld wird von mir angezogen. Ich liebe es, darüber nachzudenken, wie ich den Reichtum zum Wohle vieler um mich herum nutzen kann. Ich bin so gesegnet. Ich bin reich. Ich bin wohlhabend. Ich habe Freiheit. Was für ein erstaunliches Leben ich habe. Ich bin so gesegnet, um dieses Maß an Reichtum zu haben. Ich bin so gesegnet, in dieser Situation von Wohlstand und Überfluss zu sein. Ich bin ein erstaunlicher Schöpfer von Reichtum. Ich habe alles, was ich brauche, um das Leben zu erschaffen, das ich will. Ich bin wohlhabend. Ich bin reich. Ich ziehe den Reichtum an, den ich wirklich verdiene. Ich bin der Schöpfer meiner Gedanken und erschaffe damit mein eigenes Schicksal. Ich lebe einen üppigen Lebensstil und von dem, was ich bekomme, gebe ich etwas ab. Ich habe mich zu einem Leben im Dienst an anderen verpflichtet. Mit all dem Reichtum und der Fülle, die ich darüber erhalte. Mit dem Reichtum, den ich in die Welt bringe, werde ich anderen meinen größten Dienst erweisen. Ich ziehe an, was ich an Frequenzen raussende in die Welt. Und ich entscheide mich dazu, Frequenzen des Überflusses und des Wohlstandes auszusenden. Ich entscheide mich dafür, in Überfluss zu denken. Und indem ich so denke, ziehe ich genau das an, was ich verdiene. Ich glaube, dass ich des Reichtums würdig bin. Und ich ziehe die Fülle in mein Leben. In jedem Moment, an jedem Tag. Geld fließt mit Leichtigkeit zu mir. Meine finanzielle Freiheit ist nur einen Schritt weit entfernt. Reichtum fließt in Strömen zu mir. Ich fühle mich gut in Bezug auf Geld und Geld fließt ganz leicht in mein Leben. Geld kommt oft ganz unerwartet zu mir. Geld kommt zu mir in großer Häufigkeit und in großer Menge. Ich verdiene die Fülle. Ich bin es wert, diese Fülle zu haben. Ich bin dankbar für alles, was ich habe und so dankbar für alles, was da kommt. Alles, was ich will, kommt zu mir. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr Geld zu empfangen. Ich erhalte mehr Wohlstand auf einer täglichen Basis. Ich weiß, dass ich noch mehr Reichtum in meinem Leben verdienen werde. Ich tue so viel Gutes mit der Fülle, die mir gegeben wurde. Geld ist eine Form von Energie, genauso wie ich es bin. Geld liebt mich. Geld wird von mir angezogen. Ich liebe es, darüber nachzudenken, wie ich den Reichtum zum Wohle vieler um mich herum nutzen kann. Ich bin so gesegnet. Ich bin reich. Ich bin wohlhabend. Ich habe Freiheit. Was für ein erstaunliches Leben ich habe. Ich bin so gesegnet, um dieses Maß an Reichtum zu haben. Ich bin so gesegnet, in dieser Situation von Wohlstand und Überfluss zu sein. Ich bin ein erstaunlicher Schöpfer von Reichtum. Ich habe alles, was ich brauche, um das Leben zu erschaffen, das ich will. Ich bin wohlhabend. Ich bin reich. Ich ziehe den Reichtum an, den ich wirklich verdiene. Ich bin der Schöpfer meiner Gedanken und erschaffe damit mein eigenes Schicksal. Ich lebe einen üppigen Lebensstil und von dem, was ich bekomme, gebe ich etwas ab. Ich habe mich zu einem Leben im Dienst an anderen verpflichtet. Mit all dem Reichtum und der Fülle, die ich darüber erhalte. Mit dem Reichtum, den ich in die Welt bringe, werde ich anderen meinen größten Dienst erweisen. Ich ziehe an, was ich an Frequenzen raussende in die Welt. Und ich entscheide mich dazu, Frequenzen des Überflusses und des Wohlstandes auszusenden. Ich entscheide mich dafür, in Überfluss zu denken. Und indem ich so denke, ziehe ich genau das an, was ich verdiene. Ich glaube, dass ich des Reichtums würdig bin. Und ich ziehe die Fülle in mein Leben. In jedem Moment. An jedem Tag. Geld fließt mit Leichtigkeit zu mir. Meine finanzielle Freiheit ist nur einen Schritt weit entfernt. Reichtum fließt in Strömen zu mir. Ich fühle mich gut in Bezug auf Geld. Und Geld fließt ganz leicht in mein Leben. Geld kommt oft ganz unerwartet zu mir. Geld kommt zu mir in in großer Häufigkeit und in großer Menge. Ich verdiene die Fülle. Ich bin es wert, diese Fülle zu haben. Ich bin dankbar für alles, was ich habe und so dankbar für alles, was da kommt. Alles, was ich will, kommt zu mir. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr Geld zu empfangen. Ich erhalte mehr Wohlstand auf einer täglichen Basis. Ich weiß, dass ich noch mehr Reichtum in meinem Leben verdienen werde. Ich tue so viel Gutes mit der Fülle, die mir gegeben wurde. Geld ist eine Form von Energie, genauso wie ich es bin. Geld liebt mich. Geld wird von mir angezogen. Ich liebe es, darüber nachzudenken, wie ich den Reichtum zum Wohle vieler um mich herum nutzen kann. Ich bin so gesegnet. Ich bin so gesegnet. Ich bin so gesegnet, um dieses Maß an Reichtum zu haben. Ich bin so gesegnet, in dieser Situation von Wohlstand und Überfluss zu sein. Ich bin ein erstaunlicher Schöpfer von Reichtum. Ich habe alles, was ich brauche, um das Leben zu erschaffen, das ich will. Ich bin wohlhabend. Ich bin reich. Ich ziehe den Reichtum an, den ich wirklich verdiene. Ich bin der Schöpfer meiner Gedanken und erschaffe damit mein eigenes Schicksal. Ich lebe einen üppigen Lebensstil und von dem, was ich bekomme, gebe ich etwas ab. Ich habe mich zu einem Leben im Dienst an anderen verpflichtet. Mit all dem Reichtum und der Fülle, die ich darüber erhalte. Mit dem Reichtum, den ich in die Welt bringe, werde ich anderen meinen größten Dienst erweisen. Ich ziehe an, was ich an Frequenzen raussende in die Welt. Und ich entscheide mich dazu, Frequenzen des Überflusses und des Wohlstandes auszusenden. Ich entscheide mich dafür, in Überfluss zu denken. Und indem ich so denke, ziehe ich genau das an, was ich verdiene. Ich glaube, dass ich des Reichtums würdig bin. Und ich ziehe die Fülle in mein Leben. In jedem Moment. An jedem Tag. Geld fließt mit Leichtigkeit zu mir. Meine finanzielle Freiheit ist nur einen Schritt weit entfernt. Reichtum fließt in Strömen zu mir. Ich fühle mich gut in Bezug auf Geld. Und Geld fließt ganz leicht in mein Leben. Geld kommt oft ganz unerwartet zu mir. Geld kommt zu mir in großer Häufigkeit und in großer Menge. Ich verdiene die Fülle. Ich bin es wert, diese Fülle zu haben. Ich bin dankbar für alles, was ich habe und so dankbar für alles, was da kommt. Alles, was ich will, kommt zu mir. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr Geld zu empfangen. Ich erhalte mehr Wohlstand auf einer täglichen Basis. Ich weiß, dass ich noch mehr Reichtum in meinem Leben verdienen werde. Ich tue so viel Gutes mit der Fülle, die mir gegeben wurde. Geld ist eine Form von Energie, genauso wie ich es bin. Geld liebt mich. Geld wird von mir angezogen. Ich liebe es, darüber nachzudenken, wie ich den Reichtum zum Wohle vieler um mich herum nutzen kann. Ich bin so gesegnet. Ich bin reich. Ich bin wohlhabend. Ich habe Freiheit. Was für ein erstaunliches Leben ich habe. Ich bin so gesegnet, um dieses Maß an Reichtum zu haben. Ich bin so gesegnet, in dieser Situation von Wohlstand und Überfluss zu sein. Ich bin ein erstaunlicher Schöpfer von Reichtum. Ich habe alles, was ich brauche, um das Leben zu erschaffen, das ich will. Ich bin wohlhabend. Ich bin reich. Ich ziehe den Reichtum an, den ich wirklich verdiene. Ich bin der Schöpfer meiner Gedanken und erschaffe damit mein eigenes Schicksal. Ich lebe einen üppigen Lebensstil und von dem, was ich bekomme, gebe ich etwas ab. Ich habe mich zu einem Leben im Dienst an anderen verpflichtet, mit all dem Reichtum und der Fülle, die ich darüber erhalte. Mit dem Reichtum, den ich in die Welt bringe, werde ich anderen meinen größten Dienst erweisen. Ich ziehe an, was ich an Frequenzen raussende in die Welt. Und ich entscheide mich dazu, Frequenzen des Überflusses und des Wohlstandes auszusenden. Ich entscheide mich dafür, in Überfluss zu denken. Und indem ich so denke, ziehe ich genau das an, was ich verdiene. Ich glaube, dass ich des Reichtums würdig bin. Und ich ziehe die Fülle in mein Leben, in jedem Moment, an jedem Tag. Geld fließt mit Leichtigkeit zu mir. Meine finanzielle Freiheit ist nur einen Schritt weit entfernt. Reichtum fließt in Strömen zu mir. Ich fühle mich gut in Bezug auf Geld und Geld fließt ganz leicht in mein Leben. Geld kommt oft ganz unerwartet zu mir. Geld kommt zu mir in großer Häufigkeit und in großer Menge. Ich verdiene die Fülle. Ich bin es wert, diese Fülle zu haben. Ich bin dankbar für alles, was ich habe und so dankbar für alles, was da kommt. Alles, was ich will, kommt zu mir. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr Geld zu empfangen. Ich erhalte mehr Wohlstand auf einer täglichen Basis. Ich weiß, dass ich noch mehr Reichtum in meinem Leben verdienen werde. Ich tue so viel Gutes mit der Fülle, die mir gegeben wurde. Geld ist eine Form von Energie, genauso wie ich es bin. Geld liebt mich. Geld wird von mir angezogen. Ich liebe es, darüber nachzudenken, wie ich den Reichtum zum Wohle vieler um mich herum nutzen kann. Ich bin so gesegnet. Ich bin reich. Ich bin wohlhabend. Ich habe Freiheit. Was für ein erstaunliches Leben ich habe. Ich bin so gesegnet, um dieses Maß an Reichtum zu haben. Ich bin so gesegnet, in dieser Situation von Wohlstand und Überfluss zu sein. Ich bin ein erstaunlicher Schöpfer von Reichtum. Ich habe alles, was ich brauche, um das Leben zu erschaffen, das ich will. Ich bin wohlhabend. Ich bin reich. Ich ziehe den Reichtum an, den ich wirklich verdiene. Ich bin der Schöpfer meiner Gedanken und erschaffe damit mein eigenes Schicksal. Ich lebe einen üppigen Lebensstil und von dem, was ich bekomme, gebe ich etwas ab. Ich habe mich zu einem Leben im Dienst an anderen verpflichtet. Mit all dem Reichtum und der Fülle, die ich darüber erhalte. Mit dem Reichtum, den ich in die Welt bringe, werde ich anderen meinen größten Dienst erweisen. Ich ziehe an, was ich an Frequenzen raussende in die Welt. Und ich entscheide mich dazu, Frequenzen des Überflusses und des Wohlstandes auszusenden. Ich entscheide mich dafür, in Überfluss zu denken. Und indem ich so denke, ziehe ich genau das an, was ich verdiene. Ich glaube, dass ich des Reichtums würdig bin. Und ich ziehe die Fülle in mein Leben, in jedem Moment, an jedem Tag. Geld fließt mit Leichtigkeit zu mir. Meine finanzielle Freiheit ist nur einen Schritt weit entfernt. Reichtum fließt in Strömen zu mir. Ich fühle mich gut in Bezug auf Geld. Und Geld fließt ganz leicht in mein Leben. Geld kommt oft ganz unerwartet zu mir. Geld kommt zu mir in großer Häufigkeit und in großer Menge. Ich verdiene die Fülle. Ich bin es wert, diese Fülle zu haben. Ich bin dankbar für alles, was ich habe und so dankbar für alles, was da kommt. Alles, was ich will, kommt zu mir. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr Geld zu empfangen. Ich erhalte mehr Wohlstand auf einer täglichen Basis. Ich weiß, dass ich noch mehr Reichtum in meinem Leben verdienen werde. Ich tue so viel Gutes mit der Fülle, die mir gegeben wurde. Geld ist eine Form von Energie, genauso wie ich es bin. Geld liebt mich. Geld wird von mir angezogen. Ich liebe es, darüber nachzudenken, wie ich den Reichtum zum Wohle vieler um mich herum nutzen kann. Ich bin so gesegnet. Ich bin reich. Ich bin wohlhabend. Ich habe Freiheit. Was für ein erstaunliches Leben ich habe. Ich bin so gesegnet, um dieses Maß an Reichtum zu haben. Ich bin so gesegnet, in dieser Situation von Wohlstand und Überfluss zu sein. Ich bin ein erstaunlicher Schöpfer von Reichtum. Ich habe alles, was ich brauche, um das Leben zu erschaffen, das ich will. Ich bin wohlhabend. Ich bin reich. Ich ziehe den Reichtum an, den ich wirklich verdiene. Ich bin der Schöpfer meiner Gedanken und erschaffe damit mein eigenes Schicksal. Ich lebe einen üppigen Lebensstil und von dem, was ich bekomme, gebe ich etwas ab. Ich habe mich zu einem Leben im Dienst an anderen verpflichtet, mit all dem Reichtum und der Fülle, die ich darüber erhalte. Mit dem Reichtum, den ich in die Welt bringe, werde ich anderen meinen größten Dienst erweisen. Ich ziehe an, was ich an Frequenzen rauszende in die Welt. Und ich entscheide mich dazu, Frequenzen des Überflusses und des Wohlstandes auszusenden. Ich entscheide mich dafür, in Überfluss zu denken. Und indem ich so denke, ziehe ich genau das an, was ich verdiene. Ich glaube, dass ich des Reichtums würdig bin. Und ich ziehe die Fülle in mein Leben. In jedem Moment, an jedem Tag. Geld fließt mit Leichtigkeit zu mir. Meine finanzielle Freiheit ist nur einen Schritt weit entfernt. Reichtum fließt in Strömen zu mir. Ich fühle mich gut in Bezug auf Geld und Geld fließt ganz leicht in mein Leben. Geld kommt oft ganz unerwartet zu mir. Geld kommt zu mir in großer Häufigkeit und in großer Menge. Ich verdiene die Fülle. Ich bin es wert, diese Fülle zu haben. Ich bin dankbar für alles, was ich habe und so dankbar für alles, was da kommt. Alles, was ich will, kommt zu mir. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr Geld zu empfangen. Ich erhalte mehr Wohlstand auf einer täglichen Basis. Ich weiß, dass ich noch mehr Reichtum in meinem Leben verdienen werde. Ich tue so viel Gutes mit der Fülle, die mir gegeben wurde. Geld ist eine Form von Energie, genauso wie ich es bin. Geld liebt mich. Geld wird von mir angezogen. Ich liebe es, darüber nachzudenken, wie ich den Reichtum zum Wohle vieler um mich herum nutzen kann. Ich bin so gesegnet. Ich bin reich. Ich bin wohlhabend. Ich habe Freiheit. Was für ein erstaunliches Leben ich habe. Ich bin so gesegnet, um dieses Maß an Reichtum zu haben. Ich bin so gesegnet, in dieser Situation von Wohlstand und Überfluss zu sein. Ich bin ein erstaunlicher Schöpfer von Reichtum. Ich habe alles, was ich brauche, um das Leben zu erschaffen, das ich will. Ich bin wohlhabend. Ich bin reich. Ich ziehe den Reichtum an, den ich wirklich verdiene. Ich bin der Schöpfer meiner Gedanken und erschaffe damit mein eigenes Schicksal. Ich lebe einen üppigen Lebensstil und von dem, was ich bekomme, gebe ich etwas ab. Ich habe mich zu einem Leben im Dienst an anderen verpflichtet. Mit all dem Reichtum und der Fülle, die ich darüber erhalte. Mit dem Reichtum, den ich in die Welt bringe, werde ich anderen meinen größten Dienst erweisen. Ich ziehe an, was ich an Frequenzen raussende in die Welt. Und ich entscheide mich dazu, Frequenzen des Überflusses und des Wohlstandes auszusenden. Ich entscheide mich dafür, in Überfluss auszudenken. Und indem ich so denke, ziehe ich genau das an, was ich verdiene. Ich glaube, dass ich des Reichtums würdig bin. Und ich ziehe die Fülle in mein Leben. In jedem Moment. An jedem Tag. Geld fließt mit Leichtigkeit zu mir. Meine finanzielle Freiheit ist nur einen Schritt weit entfernt. Reichtum fließt in Strömen zu mir. Ich fühle mich gut in Bezug auf Geld. Und Geld fließt ganz leicht in mein Leben. Geld kommt oft ganz unerwartet zu mir. Geld kommt zu mir in großer Häufigkeit und in großer Menge. Ich verdiene die Fülle. Ich bin es wert, diese Fülle zu haben. Ich bin dankbar für alles, was ich habe und so dankbar für alles, was da kommt. Alles, was ich will, kommt zu mir. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr Geld zu empfangen. Ich erhalte mehr Wohlstand auf einer täglichen Basis. Ich weiß, dass ich noch mehr Reichtum in meinem Leben verdienen werde. Ich tue so viel Gutes mit der Fülle, die mir gegeben wurde. Geld ist eine Form von Energie, genauso wie ich es bin. Geld liebt mich. Geld wird von mir angezogen. Ich liebe es, darüber nachzudenken, wie ich den Reichtum zum Wohle vieler um mich herum nutzen kann. Ich bin so gesegnet. Ich bin reich. Ich bin wohlhabend. Ich habe Freiheit. Was für ein erstaunliches Leben ich habe. Ich bin so gesegnet, um dieses Maß an Reichtum zu haben. Ich bin so gesegnet, in dieser Situation von Wohlstand und Überfluss zu sein. Ich bin ein erstaunlicher Schöpfer von Reichtum. Ich habe alles, was ich brauche, um das Leben zu erschaffen, das ich will. Ich bin wohlhabend. Ich bin reich. Ich ziehe den Reichtum an, den ich wirklich verdiene. Ich bin der Schöpfer meiner Gedanken und erschaffe damit mein eigenes Schicksal. Ich lebe einen üppigen Lebensstil und von dem, was ich bekomme, gebe ich etwas ab. Ich habe mich zu einem Leben im Dienst an anderen verpflichtet, mit all dem Reichtum und der Fülle, die ich darüber erhalte. Mit dem Reichtum, den ich in die Welt bringe, werde ich anderen meinen größten Dienst erweisen. Ich ziehe an, was ich an Frequenzen raussende in die Welt. Und ich entscheide mich dazu, Frequenzen des Überflusses und des Wohlstandes auszusenden. Ich entscheide mich dafür, in Überfluss zu denken. Und indem ich so denke, ziehe ich genau das an, was ich verdiene. Ich glaube, dass ich des Reichtums würdig bin. Und ich ziehe die Fülle in mein Leben, in jedem Moment, an jedem Tag. Geld fließt mit Leichtigkeit zu mir. Meine finanzielle Freiheit ist nur einen Schritt weit entfernt. Reichtum fließt in Strömen zu mir. Ich fühle mich gut in Bezug auf Geld. Und Geld fließt ganz leicht in mein Leben. Geld kommt oft ganz unerwartet zu mir. Geld kommt zu mir in großer Häufigkeit und in großer Menge. Ich verdiene die Fülle. Ich bin es wert, diese Fülle zu haben. Ich bin dankbar für alles, was ich habe und so dankbar für alles, was da kommt. Alles, was ich will, kommt zu mir. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr Geld zu empfangen. Ich erhalte mehr Wohlstand auf einer täglichen Basis. Ich weiß, dass ich noch mehr Reichtum in meinem Leben verdienen werde. Ich tue so viel Gutes mit der Fülle, die mir gegeben wurde. Geld ist eine Form von Energie, genauso wie ich es bin. Geld liebt mich. Geld wird von mir angezogen. Ich liebe es, darüber nachzudenken, wie ich den Reichtum zum Wohle vieler um mich herum nutzen kann. Ich bin so gesegnet. Ich bin reich. Ich bin so gesegnet, um dieses Maß an Reichtum zu haben. Ich bin so gesegnet, in dieser Situation von Wohlstand und Überfluss zu sein. Ich bin so gesegnet, um das Leben zu erschaffen, das ich will. Ich bin wohlhabend. Ich bin reich. Ich ziehe den Reichtum an, den ich wirklich verdiene. Ich bin der Schöpfer meiner Gedanken und erschaffe damit mein eigenes Schicksal. Ich lebe einen üppigen Lebensstil und von dem, was ich bekomme, gebe ich etwas ab. Ich habe mich zu einem Leben im Dienst an anderen verpflichtet. Mit all dem Reichtum und der Fülle, die ich darüber erhalte. Mit dem Reichtum, den ich in die Welt bringe, werde ich anderen meinen größten Dienst erweisen. Ich ziehe an, was ich an Frequenzen raussende in die Welt. Und ich entscheide mich dazu, Frequenzen des Überflusses und des Wohlstandes auszusenden. Ich entscheide mich dafür, in Überfluss zu denken. Und indem ich so denke, ziehe ich genau das an, was ich verdiene. Ich glaube, dass ich des Reichtums würdig bin. Und ich ziehe die Fülle in mein Leben. In jedem Moment. An jedem Tag. Geld fließt mit Leichtigkeit zu mir. Meine finanzielle Freiheit ist nur einen Schritt weit entfernt. Reichtum fließt in Strömen zu mir. Ich fühle mich gut in Bezug auf Geld. Und Geld fließt ganz leicht in mein Leben. Geld kommt oft ganz unerwartet zu mir. Geld kommt zu mir in großer Häufigkeit und in großer Menge. Ich verdiene die Fülle. Ich bin es wert, diese Fülle zu haben. Ich bin dankbar für alles, was ich habe. Und so dankbar für alles, was da kommt. Alles, was ich will, kommt zu mir. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr Geld zu empfangen. Ich erhalte mehr Wohlstand auf einer täglichen Basis. Ich weiß, dass ich noch mehr Reichtum in meinem Leben verdienen werde. Ich tue so viel Gutes mit der Fülle, die mir gegeben wurde. Geld ist eine Form von Energie, genauso wie ich es bin. Geld liebt mich, Geld wird von mir angezogen. Ich liebe es, darüber nachzudenken, wie ich den Reichtum zum Wohle vieler um mich herum nutzen kann. Ich bin so gesegnet, ich bin so gesegnet, ich bin so gesegnet, um dieses Maß an Reichtum zu haben. Ich bin so gesegnet, in dieser Situation von Wohlstand und Überfluss zu sein. Ich bin ein erstaunlicher Schöpfer von Reichtum. Ich habe alles, was ich brauche, um das Leben zu erschaffen, das ich will. Ich bin wohlhabend. Ich bin reich. Ich ziehe den Reichtum an, den ich wirklich verdiene. Ich bin der Schöpfer meiner Gedanken und erschaffe damit mein eigenes Schicksal. Ich lebe einen üppigen Lebensstil und von dem, was ich bekomme, gebe ich etwas ab. Ich habe mich zu einem Leben im Dienst an anderen verpflichtet. Mit all dem Reichtum und der Fülle, die ich darüber erhalte. Mit dem Reichtum, den ich in die Welt bringe, werde ich anderen meinen größten Dienst erweisen. Ich ziehe an, was ich an Frequenzen raussende in die Welt. Und ich entscheide mich dazu, Frequenzen des Überflusses und des Wohlstandes auszusenden. Ich entscheide mich dafür, in Überfluss zu denken. Und indem ich so denke, ziehe ich genau das an, was ich verdiene. Ich glaube, dass ich des Reichtums würdig bin. Und ich ziehe die Fülle in mein Leben. In jedem Moment. An jedem Tag. Geld fließt mit Leichtigkeit zu mir. Meine finanzielle Freiheit ist nur einen Schritt weit entfernt. Reichtum fließt in Strömen zu mir. Ich fühle mich gut in Bezug auf Geld. Und Geld fließt ganz leicht in mein Leben. Geld kommt oft ganz unerwartet zu mir. Geld kommt zu mir in großer Häufigkeit und in großer Menge. Ich verdiene die Fülle. Ich bin es wert, diese Fülle zu haben. Ich bin dankbar für alles, was ich habe und so dankbar für alles, was da kommt. Alles, was ich will, kommt zu mir. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr Geld zu empfangen. Geld ist eine Form von Energie, genauso wie ich es bin. Geld liebt mich. Geld wird von mir angezogen. Ich liebe es, darüber nachzudenken, wie ich den Reichtum zum Wohle vieler um mich herum nutzen kann. Ich bin so gesegnet. Ich bin reich. Ich bin so gesegnet, in dieser Situation von Wohlstand und Überfluss zu sein. Ich bin ein erstaunlicher Schöpfer von Reichtum. Ich habe alles, was ich brauche, um das Leben zu erschaffen, das ich will. Ich bin wohlhabend. Ich bin reich. Ich ziehe den Reichtum an, den ich wirklich verdiene. Ich bin der Schöpfer meiner Gedanken und erschaffe damit mein eigenes Schicksal. Ich lebe einen üppigen Lebensstil und von dem, was ich bekomme, gebe ich etwas ab. Ich habe mich zu einem Leben im Dienst an anderen verpflichtet. Mit all dem Reichtum und der Fülle, die ich darüber erhalte. Mit dem Reichtum, den ich in die Welt bringe, werde ich anderen meinen größten Dienst erweisen. Ich ziehe an, was ich an Frequenzen raussende in die Welt. Und ich entscheide mich dazu, Frequenzen des Überflusses und des Wohlstandes auszusenden. Ich entscheide mich dafür, in Überfluss zu denken. Und indem ich so denke, ziehe ich genau das an, was ich verdiene. Ich glaube, dass ich des Reichtums würdig bin. Und ich ziehe die Fülle in mein Leben. In jedem Moment. An jedem Tag. Geld fließt mit Leichtigkeit zu mir. Meine finanzielle Freiheit ist nur einen Schritt weit entfernt. Reichtum fließt in Strömen zu mir. Ich fühle mich gut in Bezug auf Geld. Und Geld fließt ganz leicht in mein Leben. Geld kommt oft ganz unerwartet zu mir. Geld kommt zu mir in großer Häufigkeit und in großer Menge. Ich verdiene die Fülle. Ich bin es wert, diese Fülle zu haben. Ich bin dankbar für alles, was ich habe und so dankbar für alles, was da kommt. Alles, was ich will, kommt zu mir. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr Geld zu empfangen. Ich erhalte mehr Wohlstand auf einer täglichen Basis. Ich weiß, dass ich noch mehr Reichtum in meinem Leben verdienen werde. Ich tue so viel Gutes mit der Fülle, die mir gegeben wurde. Geld ist eine Form von Energie, genauso wie ich es bin. Geld liebt mich. Geld wird von mir angezogen. Ich liebe es, darüber nachzudenken, wie ich den Reichtum zum Wohle vieler um mich herum nutzen kann. Ich bin so gesegnet. Ich bin reich. Ich bin wohlhabend. Ich habe Freiheit. Was für ein erstaunliches Leben ich habe. Ich bin so gesegnet, um dieses Maß an Reichtum zu haben. Ich bin so gesegnet, in dieser Situation von Wohlstand und Überfluss zu sein. Ich bin ein erstaunlicher Schöpfer von Reichtum. Ich habe alles, was ich brauche, um das Leben zu erschaffen, das ich will. Ich bin wohlhabend. Ich bin reich. Ich ziehe den Reichtum an, den ich wirklich verdiene. Ich bin der Schöpfer meiner Gedanken und erschaffe damit mein eigenes Schicksal. Ich lebe einen üppigen Lebensstil und von dem, was ich bekomme, gebe ich etwas ab. Ich habe mich zu einem Leben im Dienst an anderen verpflichtet. Mit all dem Reichtum und der Fülle, die ich darüber erhalte. Mit dem Reichtum, den ich in die Welt bringe, werde ich anderen meinen größten Dienst erweisen. Ich ziehe an, was ich an Frequenzen raussende in die Welt. Und ich entscheide mich dazu, Frequenzen des Überflusses und des Wohlstandes auszusenden. Ich entscheide mich dafür, in Überfluss zu denken. Und indem ich so denke, ziehe ich genau das an, was ich verdiene. Ich glaube, dass ich des Reichtums würdig bin. Und ich ziehe die Fülle in mein Leben, in jedem Moment, an jedem Tag. Geld fließt mit Leichtigkeit zu mir. Meine finanzielle Freiheit ist nur einen Schritt weit entfernt. Reichtum fließt in Strömen zu mir. Ich fühle mich gut in Bezug auf Geld. Und Geld fließt ganz leicht in mein Leben. Geld kommt oft ganz unerwartet zu mir. Geld kommt zu mir in großer Häufigkeit und in großer Menge. Ich verdiene die Fülle. Ich bin es wert, diese Fülle zu haben. Ich bin dankbar für alles, was ich habe. Und so dankbar für alles, was da kommt. Alles, was ich will, kommt zu mir. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr Geld zu empfangen. Ich erhalte mehr Wohlstand auf einer täglichen Basis. Ich weiß, dass ich noch mehr Reichtum in meinem Leben verdienen werde. Ich tue so viel Gutes mit der Fülle, die mir gegeben wurde. Geld ist eine Form von Energie, genauso wie ich es bin. Geld liebt mich. Geld wird von mir angezogen. Ich liebe es, darüber nachzudenken, wie ich den Reichtum zum Wohle vieler um mich herum nutzen kann. Ich bin so gesegnet. Ich bin reich. Ich bin wohlhabend. Ich habe Freiheit. Was für ein erstaunliches Leben ich habe. Ich bin so gesegnet, um dieses Maß an Reichtum zu haben. Ich bin so gesegnet, in dieser Situation von Wohlstand und Überfluss zu sein. Ich bin ein erstaunlicher Schöpfer von Reichtum. Ich habe alles, was ich brauche, um das Leben zu erschaffen, das ich will. Ich bin wohlhabend. Ich bin reich. Ich ziehe den Reichtum an, den ich wirklich verdiene. Ich bin der Schöpfer meiner Gedanken und erschaffe damit mein eigenes Schicksal. Ich lebe einen üppigen Lebensstil, und von dem, was ich bekomme, gebe ich etwas ab. Ich habe mich zu einem Leben im Dienst an anderen verpflichtet. Mit all dem Reichtum und der Fülle, die ich darüber erhalte. Mit dem Reichtum, den ich in die Welt bringe, werde ich anderen meinen größten Dienst erweisen. Ich ziehe an, was ich an Frequenzen raussende in die Welt. Und ich entscheide mich dazu, Frequenzen des Überflusses und des Wohlstandes auszusenden. Ich entscheide mich dafür, in Überfluss zu denken. Und indem ich so denke, ziehe ich genau das an, was ich verdiene. Ich glaube, dass ich des Reichtums würdig bin. Und ich ziehe die Fülle in mein Leben, in jedem Moment, an jedem Tag. Geld fließt mit Leichtigkeit zu mir. Meine finanzielle Freiheit ist nur einen Schritt weit entfernt. Reichtum fließt in Strömen zu mir. Ich fühle mich gut in Bezug auf Geld. Und Geld fließt ganz leicht in mein Leben. Geld kommt oft ganz unerwartet zu mir. Geld kommt zu mir in großer Häufigkeit und in großer Menge. Ich verdiene die Fülle. Ich bin es wert, diese Fülle zu haben. Ich bin dankbar für alles, was ich habe und so dankbar für alles, was da kommt. Alles, was ich will, kommt zu mir. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr Geld zu empfangen. Ich erhalte mehr Wohlstand auf einer täglichen Basis. Ich weiß, dass ich noch mehr Reichtum in meinem Leben verdienen werde. Ich tue so viel Gutes mit der Fülle, die mir gegeben wurde. Geld ist eine Form von Energie, genauso wie ich es bin. Geld liebt mich. Geld wird von mir angezogen. Ich liebe es, darüber nachzudenken, wie ich den Reichtum zum Wohle vieler um mich herum nutzen kann. Ich bin so gesegnet. Ich bin reich. Ich bin so gesegnet, um dieses Maß an Reichtum zu haben. Ich bin so gesegnet, in dieser Situation von Wohlstand und Überfluss zu sein. Ich bin ein erstaunlicher Schöpfer von Reichtum. Ich habe alles, was ich brauche, um das Leben zu erschaffen, das ich will. Ich bin wohlhabend. Ich bin reich. Ich ziehe den Reichtum an, den ich wirklich verdiene. Ich bin der Schöpfer meiner Gedanken und erschaffe damit mein eigenes Schicksal. Ich lebe einen üppigen Lebensstil und von dem, was ich bekomme, gebe ich etwas ab. Ich habe mich zu einem Leben im Dienst an anderen verpflichtet. Mit all dem Reichtum und der Fülle, die ich darüber erhalte. Mit dem Reichtum, den ich in die Welt bringe, werde ich anderen meinen größten Dienst erweisen. Ich ziehe an, was ich an Frequenzen raussende in die Welt. Und ich entscheide mich dazu, Frequenzen des Überflusses und des Wohlstandes auszusenden. Ich entscheide mich dafür, in Überfluss zu denken. Und indem ich so denke, ziehe ich genau das an, was ich verdiene. Ich glaube, dass ich des Reichtums würdig bin. Und ich ziehe die Fülle in mein Leben. In jedem Moment. An jedem Tag. Geld fließt mit Leichtigkeit zu mir. Meine finanzielle Freiheit ist nur einen Schritt weit entfernt. Reichtum fließt in Strömen zu mir. Ich fühle mich gut in Bezug auf Geld. Und Geld fließt ganz leicht in mein Leben. Geld kommt oft ganz unerwartet zu mir. Geld kommt zu mir in großer Häufigkeit und in großer Menge. Ich verdiene die Fülle. Ich bin es wert, diese Fülle zu haben. Ich bin dankbar für alles, was ich habe. Und so dankbar für alles, was da kommt. Alles, was ich will, kommt zu mir. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr Geld zu empfangen. Ich erhalte mehr Wohlstand auf einer täglichen Basis. Ich weiß, dass ich noch mehr Reichtum in meinem Leben verdienen werde. Ich tue so viel Gutes mit der Fülle, die mir gegeben wurde. Geld ist eine Form von Energie, genauso wie ich es bin. Geld liebt mich. Geld wird von mir angezogen. Ich liebe es, darüber nachzudenken, wie ich den Reichtum zum Wohle vieler um mich herum nutzen kann. Ich bin so gesegnet. Ich bin reich. Ich bin wohlhabend. Ich habe Freiheit. Was für ein erstaunliches Leben ich habe. Ich bin so gesegnet, um dieses Maß an Reichtum zu haben. Ich bin so gesegnet, in dieser Situation von Wohlstand und Überfluss zu sein. Ich bin ein erstaunlicher Schöpfer von Reichtum. Ich habe alles, was ich brauche, um das Leben zu erschaffen, das ich will. Ich bin wohlhabend. Ich bin reich. Ich ziehe den Reichtum an, den ich wirklich verdiene. Ich bin der Schöpfer meiner Gedanken und erschaffe damit mein eigenes Schicksal. Ich lebe einen üppigen Lebensstil und von dem, was ich bekomme, gebe ich etwas ab. Ich habe mich zu einem Leben im Dienst an anderen verpflichtet, mit all dem Reichtum und der Fülle, die ich darüber erhalte. Mit dem Reichtum, den ich in die Welt bringe, werde ich anderen meinen größten Dienst erweisen. Ich ziehe an, was ich an Frequenzen raussende in die Welt, und ich entscheide mich dazu, Frequenzen des Überflusses und des Wohlstandes auszusenden. Ich entscheide mich dafür, in Überfluss zu denken, und indem ich so denke, ziehe ich genau das an, was ich verdiene. Ich glaube, dass ich des Reichtums würdig bin, und ich ziehe die Fülle in mein Leben, in jedem Moment, an jedem Tag. Geld fließt mit Leichtigkeit zu mir. Meine finanzielle Freiheit ist nur einen Schritt weit entfernt. Reichtum fließt in Strömen zu mir. Ich fühle mich gut in Bezug auf Geld, und Geld fließt ganz leicht in mein Leben. Geld kommt oft ganz unerwartet zu mir. Geld kommt zu mir in großer Häufigkeit und in großer Menge. Ich verdiene die Fülle. Ich bin es wert, diese Fülle zu haben. Ich bin dankbar für alles, was ich habe, und so dankbar für alles, was da kommt. Alles, was ich will, kommt zu mir. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr Geld zu empfangen. Ich erhalte mehr Wohlstand auf einer täglichen Basis. Ich weiß, dass ich noch mehr Reichtum in meinem Leben verdienen werde. Ich tue so viel Gutes mit der Fülle, die mir gegeben wurde. Geld ist eine Form von Energie, genauso wie ich es bin. Geld liebt mich. Geld wird von mir angezogen. Ich liebe es, darüber nachzudenken, wie ich den Reichtum zum Wohle vieler um mich herum nutzen kann. Ich bin so gesegnet. Ich bin reich. Ich bin wohlhabend. Ich habe Freiheit. Was für ein erstaunliches Leben ich habe. Ich bin so gesegnet, um dieses Maß an Reichtum zu haben. Ich bin so gesegnet, in dieser Situation von Wohlstand und Überfluss zu sein. Ich bin ein erstaunlicher Schöpfer von Reichtum. Ich habe alles, was ich brauche, um das Leben zu erschaffen, das ich will. Ich bin wohlhabend. Ich bin reich. Ich ziehe den Reichtum an, den ich wirklich verdiene. Ich bin der Schöpfer meiner Gedanken und erschaffe damit mein eigenes Schicksal. Ich lebe einen üppigen Lebensstil und von dem, was ich bekomme, gebe ich etwas ab. Ich habe mich zu einem Leben im Dienst an anderen verpflichtet. Mit all dem Reichtum und der Fülle, die ich darüber erhalte. Mit dem Reichtum, den ich in die Welt bringe, werde ich anderen meinen größten Dienst erweisen. Ich ziehe an, was ich an Frequenzen raussende in die Welt. Und ich entscheide mich dazu, Frequenzen des Überflusses und des Wohlstandes auszusenden. Ich entscheide mich dafür, in Überfluss zu denken. Und indem ich so denke, ziehe ich genau das an, was ich verdiene. Ich glaube, dass ich des Reichtums würdig bin. Und ich ziehe die Fülle in mein Leben. In jedem Moment. An jedem Tag. Geld fließt mit Leichtigkeit zu mir. Meine finanzielle Freiheit ist nur einen Schritt weit entfernt. Reichtum fließt in Strömen zu mir. Ich fühle mich gut in Bezug auf Geld. Und Geld fließt ganz leicht in mein Leben. Geld kommt oft ganz unerwartet zu mir. Geld kommt zu mir in großer Häufigkeit und in großer Menge. Ich verdiene die Fülle. Ich bin es wert, diese Fülle zu haben. Ich bin dankbar für alles, was ich habe. Und so dankbar für alles, was da kommt. Alles, was ich will, kommt zu mir. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr Geld zu empfangen. Geld ist eine Form von Energie, genauso wie ich es bin. Geld liebt mich. Geld wird von mir angezogen. Ich liebe es, darüber nachzudenken, wie ich den Reichtum zum Wohle vieler um mich herum nutzen kann. Ich bin so gesegnet. Ich bin reich. Ich bin so gesegnet, um dieses Maß an Reichtum zu haben. Ich bin so gesegnet, in dieser Situation von Wohlstand und Überfluss zu sein. Ich bin ein erstaunlicher Schöpfer von Reichtum. Ich habe alles, was ich brauche, um das Leben zu erschaffen, das ich will. Ich bin wohlhabend. Ich bin reich. Ich ziehe den Reichtum an, den ich wirklich verdiene. Ich bin der Schöpfer meiner Gedanken und erschaffe damit mein eigenes Schicksal. Ich lebe einen üppigen Lebensstil und von dem, was ich bekomme, gebe ich etwas ab. Ich habe mich zu einem Leben im Dienst an anderen verpflichtet, mit all dem Reichtum und der Fülle, die ich darüber erhalte. Mit dem Reichtum, den ich in die Welt bringe, werde ich anderen meinen größten Dienst erweisen. Ich ziehe an, was ich an Frequenzen raussende in die Welt. Und ich entscheide mich dazu, Frequenzen des Überflusses und des Wohlstandes auszusenden. Ich entscheide mich dafür, in Überfluss zu denken. Und indem ich so denke, ziehe ich genau das an, was ich verdiene. Ich glaube, dass ich des Reichtums würdig bin. Und ich ziehe die Fülle in mein Leben. In jedem Moment. An jedem Tag. Und ich ziehe die Fülle in mein Leben.